guten morgen liebe verjüngungsinteressierte ich bin hier auf meinem morgen walking spaziergang ich zeige euch das schnell ich bin da wirklich über malters meinem dorf man sieht es da in der ferne und heute möchte ich mit ihr oder möchte ich dir verraten was meine pläne sind für die nächsten paar monate und zwar und zwar habe ich ganz viele schritte geplant meine website ist immer noch nicht fertig das werde ich dann ankündigen sobald es soweit ist auch der newsletter für die die gerne da sich eintragen würden und ich plane für mich selber eine säurebasen darmkur jetzt im herbst und ich habe gedacht ich nehme euch mit ich werde es heute noch ankündigen auch mit einem kleinen video wie du auch mitmachen könntest über drei wochen vom 26 september an drei wochen und ich mache auch wieder die einsteiger woche vom ersten bis siebten oktober diesmal ein bisschen abgespeckte sag ich mal und die großen neuigkeiten die ich euch heute mitteilen möchte ist ich mache eine weiterbildung als aryurveda verjüngungsspezialistin ich werde ende oktober an einem basiskurs teilnehmen und dann an einem anti aging prevent das präventionskurs auf aryurvedische basis teilnehmen im